Der Film besteht aus zwei Teilen. Teil 1, grundlegende Informationen über das Tier. Teil 2, Geräusche des Tieres. Sie können die Geräusche so verwenden, wie sie wollen, wo sie wollen, wie sie wollen. Völlig kostenlos. Der Wanderratte, auch als norwegische oder braune Ratte bekannt, gehört zur Familie der Mäuseartigen. Sie zeichnet sich durch ein bräunlich-graues Fell mit einem gelblichen Schimmer aus, während die Unterseite heller ist. Besonders auffällig ist ihr langer, haarloser Schwanz. Dieses Tier ist bekannt dafür, viele gefährliche Krankheiten zu übertragen und stellt einen erheblichen Schädling dar, der vom Menschen bekämpft wird. In Laboren wird die Ratte häufig für Experimente verwendet, insbesondere die albinotische Variante, die auch als Haustier gehalten wird. Sie weist keinen ausgeprägten Geschlechtsdimorphismus auf, Weibchen haben fünf bis sechs Paar Zitzen. Die Körperlänge der Wanderratte variiert zwischen 19 und 30 cm, wobei der Schwanz bis zu 22 cm lang sein kann, was 75% der Körperlänge entspricht. Ihr Gewicht liegt zwischen 240 und 550 g, kann jedoch in Ausnahmefällen bis zu 900 g erreichen. Die durchschnittliche Lebensdauer beträgt etwa vier Jahre. Der Schwanz, der dunkler auf der Oberseite und mit zahlreichen Schuppenringen bedeckt ist, spielt eine wichtige Rolle bei der Thermoregulation des Körpers. Wanderratten sind alles Fresser, die sich von Getreide, Früchten, Aas und weiteren Nahrungsquellen ernähren. Ihre Anpassungsfähigkeit ermöglicht es ihnen, in verschiedenen Umgebungen zu überleben. Ratten dienen vielen größeren Raubtieren als Nahrung, einschließlich bestimmter Vogelarten, Katzen und auch Menschen, in einigen Kulturen. Ihre Fähigkeit, große Mengen an Nahrung zu konsumieren und zu lagern, hat bedeutende Auswirkungen auf das Ökosystem und die menschliche Wirtschaft. Wanderratten kommen weltweit vor, besonders dort, wo es menschliche Siedlungen gibt. Sie sind in Städten, auf Mülldeponien und in Kellern zu finden, leben aber auch in Kanalisationssystemen, Lagerhäusern und manchmal in der Nähe von Wasserquellen, wo sie ihre Schwimmfähigkeiten unter Beweis stellen können. Ihr Lebensraum erstreckt sich von urbanen Gebieten bis zu ländlichen Regionen, wo sie in kolonienähnlichen Strukturen in der Nähe des Menschen leben. Ihre Präsenz ist ein Indikator für die synanthropische Natur dieses Tieres, das sich hervorragend an das Zusammenleben mit dem Menschen angepasst hat. Wanderratten Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020